Hey, wir werden jetzt gesehen, nur weil du deinen Arsch nicht bewegst, Mann. Voll leise. Ich bin hier schwer verletzt. Ja, toll. Und jetzt hat mich der Heli gesehen. Er ist super. Ja, ich wollte ihn jetzt. Ja, der macht mein Auto kaputt jetzt. Kannst du mal woanders rumholen, nicht? Oh, jetzt haben wir kein Auto mehr. Weil du wieder alles kaputt gemacht hast, ey. Setzen sie ihre Drohne ein. Will ich aber nicht. Warum soll ich meine Drohne einsetzen? So, hier ist Jugendtreibung Plastik gewesen. Oh, gut. Mo, lauf mal das Stückchen noch, oder was? Das Stückchen noch. Da war ich ein Feinde irgendwo. Wie bitte? Synchron und Töblich-Totor. Oh Mann, ich nicht. So, bis auf den Weg. Wir kommen niemals über den Berg zu Fuß. Brauchen ein Auto, Mann. Läufst du mir in der? Ja? Was bedeutet eigentlich fokussieren? Was ist fokussieren? Steht da bei mir, Dreieck fokussieren. Ja, was ist fokussieren? Ich weiß nicht. Keine Lose. Ich mach's einfach mal. Mach mal. Hä, da sieht man mich, meine Fresse. Wow. Ich komm hier nicht drüber, du. Klar. Ja, natürlich. Hier ist auch ein Heli. Mhm. Natürlich. Mo, wie bist denn du da hochgekommen? Ja, kleckern. Ich hab noch nicht diese Fähigkeit. Ja, es ist keine Fähigkeit. Ja, du kommst da nie hoch, du Schizu, ey. Ich geh jetzt außen rum, Mann. Komm, komm auch außen rum. Wo heißt das Scheiße mit dem Erschöpftsein, ey? Ja. Das kann man bestimmt auch aufwerten. Ja, ja, doch. Ausdruck. Echt? Ja. Ich hätt' gedacht, Intelligenz. Äh, du musstest du mal aufwerten. Bei mir daheim? Ja. Mhm. Nicht daheim, nur bei dir. Hey, da ist ein Motorrad. Guck, ich hab ein Motorrad gefunden, Maocom, ja. Nein, ich bin da schon oben. Mhm, natürlich. Hey, man kann Wasser trinken. Ich bin schon oben. Ja, ich nicht. Soll ich dich abholen? Nein, jetzt kann man auf die Fresse legen. Legs ja, legs ja, legs ja, legs ja. Ja, ich mach, ja, mach ich. Wie zudecken mit Schlamm? Ja, mit Bauchdingerbund. Hab' ich. Und jetzt? Warten. Du siehst, auf deiner Karte ist ein rotes Flugzeug, ne? Ja. Wenn das Ding sieht, wenn der eigentlich tot hat. Okay. Dann kommen 47 Spezialeinheiten, 8000 Drohnen, die kugelziffer sind, entschließen, die entschließen Paketen und generell alles. Okay, kannst weiter. Das überlegst du mir nicht. Zumindest noch nicht. Ich denke mal, irgendwann hat man eine EMP oder so, dann packt man das vielleicht. Soll ich dich abholen, Mau? Nein, ich komme hier auch mit einem Heli. Wie, du holst hier ein Heli? Ja, jetzt anscheinend nur ein Heli. Also ich habe ein Motorrad, um wen da hier am Ziel. Nein, ich bin hier schon woanders. Jetzt komme ich hier nicht hoch, ich werde auch so kurz vorm Ziel. Ich habe hier eine Kiste gefunden. Ich glaube, wir sind nur zwei völlig verschiedenen Orten, kann man sein. Ich habe eine neue Waffe. Und da hier ist ein Laptop. 800 Meter von mir entfernt. Ich sammle gerade Daten. Mhm. Wie lange dauert denn das? Oh, verstecken und vordert. Von weg. Achso. Oh, ich bin es ganz tot. Ja, ey, da kann ich jetzt aber nichts dafür. Ne, ich bin in der falschen. Mo, kannst du bitte jetzt herkommen zu mir? Ich habe hier ein Auto. Nein, ich bin hier voll unter Beschuss. Richtig abholen. Nein, ich wollte das nicht. Ich bin tot. Spons jetzt bei mir. Naja, das stimmt ja. Natürlich nicht. Naja, noch nichts. Ich wollte eigentlich nur einen Heli haben. Soll ich weiterfahren? Nein, was macht mir schon länger? Was glaub ich nicht. Naja. Schon alles gut. Wo ist bei uns du jetzt? Warum ist es da eigentlich immer dunkel, Mo, bei dem Spiel? Nicht gar nicht. Weil bisher war es noch nicht einmal hell. So, dann müssen wir beim nächsten Dingkirchen die Wack mal umschalten. Auf was? Auf hell. Da kannst du einschalten, wann du wieder beliebt werden willst. Ja, wann du wieder aufwachen willst. Okay. Kommst du jetzt bitte zu mir, Mo? Nein, ich liege ja gerade außergefecht. Ich muss mal kurz warten. Auf was musst du warten, Mann? Jetzt kann ich bei dir hin spawnen. Okay, dann steig ein, bitte. Lava. Wenn man Gegner getötet hat, spawnen die wieder neu oder sind die dann für immer weg? Nee. Nee, das ist spawnen nicht, ne? Hey, wir werden jetzt gesehen, nur weil du deinen Arsch nicht bewegst, Mann. Voll leise. Ich bin hier schwer verletzt. Ja, toll. Und jetzt hat mich der Heli gesehen. Ey, super. Ja, der macht mein Auto kaputt jetzt. Kannst du mal woanders rum holen, nicht? Ja, der hat mir das Schwein rausgeholt da. Siehst du? So, machen wir das. Jetzt können wir fahren, oder? Bitte. Ja.